Kein Problem. Holy shit, hab ich ihn bekommen. Ok, hab ich noch was zur Verfügung? Oh mein Gott, wow. Wir haben wirklich alles dabei. Warum irgendwas finden? Wir sind schließlich ein Cyber-Commando. Fuck, ich weiß nicht. Das Ding ist eigentlich schon ziemlich stark. Oh, oh, oh. Kommt uns ziemlich nah. Wir haben einen Shotgun. Voll in den Nahkampf gehen. Ja, voll. Mal so ein bisschen austricksen. Komm schon. Ja, voll. Ach, stirb. Was bauen die hier? Ich meine, es ist ein Heterodyn 8000-Hochgeschwindigkeits-Assemblierer. Wegen den Dingern gibt's in Detroit keine Jobs mehr. Jetzt leer damit. Oh mein Gott, der reißt dir das Herz raus. Geh du rüber zu dem Steg. Und räum die ganzen Arschlöcher da weg. Sonst kriegen wir ihn. Okay, ich sammle jetzt nicht alles ein. Immer so ein bisschen nach und nach. Das ist so Wahnsinn. Es ist einfach genial. Wie wär's mit dem Typen da drüben? Bam! Mioioioioioioioi. Alter, das ist – das ist Wahnsinn. Komm, piepst mich weiter voll. Deine Robo-Stimme. Heute werden Köpfe zerplatzt. Cyborgs zum Weiden gebracht. Ich will nicht, ob man ein Wort verstehen könnte. Alles macht uns, denke ich, umso cooler. Und aber auch mal Zeit, dass wir zu Far Cry 3 zurückkommen. Also. Da haben wir noch ein paar. Ich liebe die Waffe. Die Schubs gehen damit super. Wie die Bieren einfach nur zerplatzt. Okay, ich nehme mal ein bisschen Zeug von dir. Nö, eigentlich nicht. Oh, von hinten. Take down! Yeah! Welche Waffe nehmen wir denn jetzt? Ich bin für die Waffe. Macht sich schön pew pew pew. Guck, ob hier noch was rumliegt. Jawohl, eine Kiste. Mit Kohle. Ich kann auch hier lustige Herzen sammeln. Ich schaue euch nochmal kurz im Menü um. Datenkonsole. Das ist nur so ein Protokoll. Kein Problem. Fähigkeiten, Cards, aber noch können wir nichts machen. Vielleicht nach der Mission oder so. Irgendwas tolles upgraden. Komm raus, du feige Sau. Nicht immer hier verstecken. Finden wir den Hauptrechner. Oh, yeah. Das ist ein Plan. Scheiße, dass der nicht zeigt, wer das Herz rausreißt. Wir haben einfach nur das Herz in der Hand. Wir haben einfach nur platsch und wir haben das Ding in der Hand. Als ob der so richtig in das Wasser klatschen würde. Mach mal offen, du Cyberkommando-Held. Gott braucht der lange. Äh, hier ist eine Alarmanlage irgendwo. Uh, das ist ein hochorbitaler roter Speer. Ich dachte, die Mistinger wären alle abgefragt. Soweit ich weiß, benutzen wir sie noch. Um die Nutzlaststreuung in der kanadischen Einöde zu testen. Was für eine Nutzlast? Das will ich gar nicht wissen. Na, besser ist das vielleicht. Kohle, Kohle, Kohle. Ohne Ende. Ich hoffe, ich kann noch irgendwas episches upgraden. Am Körper. In welche Implantate. Neue Waffen oder so. Das wäre ziemlich geil. Missionsziel erreicht. Hauptrechner lokalisiert. Da ist er. Wir haben den Hauptrechner. Sichern Sie die Daten. Zeig mal, was du kannst, Lieutenant. Hey, ich kann auch nichts dafür, dass ich es drauf habe. Alarm. Unbefugter Zugriff bemerkt. Kimmelbunkel. Passwort eingeben. Wir haben 20 Sekunden, um Folge zu leisten. Spider. Scheiße, ich weiß. Ich weiß. 5, 4, 3, 2, 1. Sicherheitsgegenmaßnahmen aktiv. Beginn Vorbereitungsdiagnose. Starte Enthauptungsschlagprotokoll. Die Helo entdeckt mehrere Damesignaturen, die sich Ihnen nähern. Sie bewegt sich auf Position, Lieutenant. Ich decke dich. Das hoffe ich. Missionsziel. Lieutenant Brown beschützen, während er den Hauptrechner hackt. Ich muss direkt ins System einbrechen. Aber das könnte meine Hauptcortex-CPU frittieren. Hauptsache, du schaffst es. Deine Frau und dein Kind warten auf dich. Rex, wenn das nicht klappt, sag ihnen. Sag ihnen, ich bin für mein Land gestorben. Das sagst du ihnen selbst. Hörst du? Okay. Ich stoße jetzt hinein. Dann stoß mal rein. Das kriegen wir schon gebacken. Geschafft. Ich habe die erste Ebene der Mikro-Report-Zichtung. Bleibt dran. Damit, Idiot. Immer schön Pew, Pew, Pew machen. Pew, 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 Pew. Jawohl. Ich hecke das Rollerwerk. Aber eine Minute. Mach schneller. Würde ich ihm empfehlen. Fuck. Versuchen wir einen Beinshot hinzukriegen. Du willst also nicht Shotgun kosten. Oder das Ding. Du willst euch Shotgun. Ich habe kein Problem mit euch. Kommt nur her. Zack. Geht gerne in den Nahkampf. Ich würde gerne mal wissen, wer die Viecher ausgepillert hat, so schlecht wie die sind. In einem Cyberkommando haben die keine Chance. Ich reprogrammiere die CPU-Socke. Schneider. Perfektion braucht Zeit, Baby. Wie er die Munition da reinwirft. Fuck yeah. Volle Double-Kill. Oh, 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 ich bin total gegrillt. Der muss sich sogar komplett verschweißen. Oh man, das haben wir gleich. Da kommen ein paar viele. Was bin ich? Ich bin nur ein Kleiner. Ich finde das geil, wie der sich selber zusammenschweißt. Das ist so genial. Geschafft. What the hell? Was? 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 Was soll ich jetzt machen? Scheiße. Helo 7-3. Sofortige Evakuierung. Lieutenant Brown am Boden. Helo 7-3. Im Hundflug. Rex. Du große Atmenge. KI beschädigt. Blut. Blut. Enthauptungsschlag, Countdown. Hat begonnen. Sag mir, was ich tun soll. Paketenstaatenautonom. Geh zur Steuerzahne. Was? Reiß mit den Steuerung raus. Auf dem Steuerkasten. Schieß auf den Hirnsteuerung, Rex. Schieß auf. Scheiße. Halt. Finde die Raketensteuertafel für mich. Habe verstanden. Ziel wird markiert. Mission. Deaktivieren Sie sekundäre Zündsteuerung. Rakete in Position. Oh, fuck. Der ist da unten am Zappeln. Vielleicht können wir ihn noch retten. Fuck zur Steuertafel. Minus 120 Sekunden. Oh, shit. Oh, mein Gott. Wir haben es nur noch geschafft. Steuerung offline. Countdown abgebrochen. Countdown abgebrochen. Countdown abgebrochen. Oh, fuck. Gerade noch so geschafft. Mit diesem schönen Slideschlag. Voll in die scheiße Elektronik von dem Ding. Sie sind wieder online, Colonel. Dankeschön, Darling. Für Sie Dr. Darling. Dr. Elizabeth Veronica Darling. Ja, nee, ist klar. Colonel Sloan. Wir sind Sergeant Rex Power Colt. Lieutenant T.T. Brown. Natürlich. Die setzen euch auf mich an? Also das, genau das ist die Definition von Wahnsinn. Darling, Sie sehen vor sich zwei waschechte Mark IV. Die Krone der Schöpfung zu Ihrer Zeit. Ich weiß, was mit Ihrem Gesicht passiert ist. Der Preis der Macht, Jungs. Macht mag eine gemeine Schlampe sein. Aber sie ist eine Wildkatze im Bett. Sir, was ist passiert? Man sagt, dass sie desertiert wären. Das muss ein Irrtum sein. Seit der Zerbombung Kanadas und der Besetzung Australiens steuert die Welt auf den Abgrund zu. Wir sind nicht mehr auf Kurs, Gentlemen. Und jetzt will die Regierung, unsere Regierung, eine Aussöhnung. Mit den roten Teufeln. Aber ich weiß, wie wir das wieder gerade rücken. Rex, der ist irre, Mann. Wie lauten eure Befehle bezüglich mir und Omega Force, hm? Wie genau weiß Washington Bescheid? Tut mir leid, Sir. Ich respektiere sie, aber ich kann nicht... Dann habt ihr ihre gottverdammten Lügen geschluckt. Sehr schade. Hast du meinen Hauptrechner in deinen Cortex geladen? Verdammt doch. Ich weiß, was sie tun. Ihr mag vor, seid schlau. Leider viel zu unabhängig. Verflucht noch mal. Oh yeah. Man kann jeden füchsam machen. Oder zur Not ausschalten. Nein. Nein. Sie sind tot. Ich habe euch, Mark, vor allem meine Kampfkünste einprogrammiert, richtig? Ich sag dir was. Ich gebe dir eine Chance auf den Lottogewinn, Junge. Raya Patch, bitte kommen. Sergeant Rick's called? Wer... Wer ist da? Dr. Elizabeth Darling. Ich habe mich bei der Untersuchung in Ihre Kommunikation eingeklebt. Sloan hat sie von Raya Patch abgeschnitten. Was zum Teufel war das? Ich schicke Ihnen Koordinaten. Dort sind Sie sicher. Und warum sollte ich Ihnen trauen? Weil ich diesen Sloan hasse. Oh. Okay. Wie lautet der Plan? Bleiben Sie ruhig und versteckt. Die Blutdrachen haben keine guten Augen, aber sie lieben Cyborgs und Menschenfleisch. Was? Hallo? What the hell? Scanne Höhlenraum. Ausgang lokalisiert. Mission entkommen. Er hat ihn einfach so getötet. Sie haben keine Ausrüstung und sind wehrlos. Vermeiden Sie jeden Kontakt zu Cybersoldaten. Okay, das heißt Takedowns. Hier liegt auch nichts, doch. Jawohl. Ich fand das toll, wenn er den noch zweimal gestimmt hat. So nach dem Motto, ich mache mich selber stärker und töte dich dann. Was für ein Affe. Immer den blauen Faden entlang. Ich werde jetzt noch ein paar timeflächen sein. Wir 먹어 es. Hab ich noch nie möglich. Ich werdeischemel Sie sicher jetzt nitrogen kommen. Aber es hat einen Hamm Hecht. Als ich noch verlete geht. Das war es, wenn ich Opp developmentalgebeineung Farbeer ein Release. Ichldא komme weiter. Ich habe werde mich dann wohl gelockелюbe. Vielen Dank.